Wir hoffen auf Action, bisschen Adrenalin und einfach Spaß haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Wurscht wie, was, wann, wo, wir sind bei allem dabei. Abo! Geil! Richtig geil. Das gefällt mir sehr gut. Ich freu mich richtig gerade. Wenn wir heute Action machen oder so, vielleicht ist es ja heute, dass man da eine Vertrauensbasis aufbauen kann. Kannst du mal richtig zeigen, was du drauf hast hier? Das ist genau mein Geschmack hier. Boah, ich sitze auch 1a hier drin. Jetzt bin ich gespannt auf deine Fahrtklinste. Ja, ja, pass mal auf. Starten wir mal den Motor hier. Haha, geil! Ready? Rück auf die Upe! Keep going! Hey! Hey! Wuhu! Das gefällt mir! Rück auf die Upe! Oh, Mami! Rück auf die Upe! Oh, Mama! So good! Ja, geil, 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 geil! Oh, Mama! Gibt nur einen Gas. Vollgas. Maik, drüben aufs Gummier! Are you ready? Ready to goi! Mama! Frauen am Steuer sind immer gefährlich. Das war geil! Stark! Bist eine gute Co-Pilotin. Echt? Na danke, das freut mich. Sie macht sehr viel stolz auf dich. Wow, das war crazy. Oh mein Gott, Leute, das war der Hammer. Ich fand es richtig geil. Ja, ich auch. Stark gefahren. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Können wir bitte mal über die Aussicht sprechen? Krank, ne? Ich wünsche euch viel Spaß. Euch auch. Bis später. Bis später. Tschüss. 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 Tschüss.